A man, a van, a jam, das ist Pocket Soul. Wenn sich die Tür des Pocket Soul Vans öffnet, betreten Stars eine Welt voller Überraschungen. Ich bin pro Entertainment, kontra Journalismus. Ein Road-Movie, das alle Grenzen sprengt. Ein Moderator, der eine ganze Band ersetzt. Und Jams, die unter die Haut gehen. Let's face it. I don't need this love, baby. When it hurts so much. Roll with this and go with this and flow to this and toast to this and roll to this and just sit back and enjoy yourself. Pocket Soul. Bad for your health. I'm smoking, going on and on, till the break of dawn's so strong. I bet it's my fault, baby. Broke that looking glass. Give up! Give up! Give up! Give up! Wow! Verspielt. Is that a reef shot? Yes, ladies and gentlemen. Two points. Wild. Bad guys, eh? Und garantiert hautnah. That was the best thing to ever happen in entertainment history. Das ist Pocket Soul. Question ist anders. I'm here to let you know that Pocket Soul is the dopest show in the motherfucking world, man. I need you, Hannah.